Was ist Respekt für Sie? Respekt ist eine Hochachtung, eine Persönlichkeit, die sich eben anbietet. Und deswegen habe ich auch für den Jugendlichen Respekt. Der Lernprozess ist ja unheimlich da und schwer, gerade für die Kleinsten, für die Kinder. Fritz Walder, dann Osmar Walder, den Ekel, dann den Franz Beckenbauer, dann die Trainer, also da war von Erich Rübeck angefangen, Uti Völler und Löw und Klinsmann, ich habe die alle behandelt, also die ganzen großen Trainer da irgendwie und auch von den Spielern, da müssen wir sich jetzt mal weiter überlegen, viele Spieler, die ich ja dann als Trainer später kennengelernt habe, die dann irgendwie in Vereinen groß geworden sind. Mein Respekt kommt auch, wenn Freundschaft kommt. Und wenn du längere Zeit mit denen zusammen bist, mit den Spielern, dann bist du der Behandler, wenn du dir helfen kannst, du kannst helden, da bist du der Freund. Der Spieler kommt dir entgegen als Freund. Der Spieler hat eine Erwartungshaltung und wenn du ihm helfen kannst, dann bist du sein Kamerad, dann bist du sein Freund, dann bist du dein Helfer. Und er weiß auch wieder, wo er dich finden kann, wo du deine Praxis hast, wenn du gute Arbeit abgeliefert hast. Und das ist so, das habe ich mir gesagt auch, ich nehme mir die Zeit, egal ob das ein kleiner Junge ist, der hat genau dasselbe Recht wie ein Profi, wenn natürlich ein Profi kommt, jetzt um sechs Uhr kommt der Bröll, haben wir einen Profi. Vorher kommt der Franz Beckenbauer in fünf Uhr noch, ja, so. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dann ist es auch der Respekt vor dem Kleinen, der muss merken, dass er aufgenommen ist, der muss merken, dass er gewollt ist, der muss merken, dass wir auch für ihn da sind. Ja, ich habe es ja erlebt, das ist der Respekt, dann kommen die Kinder an, ich habe nie gedacht, dass der Herr Katzenmaier so freundlich ist, dass er mich behandelt oder sowas. Ja, du musst dir eins merken, ich behandle den Kleinen genauso wie den Großen. Und ich will haben, dass der Spieler Respekt kriegt von mir, ja, und diesen Respekt kann ich nur bekommen, wenn ich Leistung bringe. Ja, wenn der Spieler merkt, der Adi bringt Leistung, ja, dann kommt der Respekt, man kann auch sagen Vertrauen vom Spieler, man kann das aber nennen, das Wort Respekt, das lese ich in Vertrauen. Und das ist das, was ich meine, ja. Seid! Vayan! aufgep времени hat! Ja!